Da ist Tobus! Schnell, wir müssen es fangen! Unbedingt! Zeig dich! Hey, stehen geblieben! Es kommuniziert mit mir! Es ist zwecklos! Gib auf! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Hier auf Katze! Unser Abenteuer geht weiter. Wir müssen die drei Seen aufsuchen, um dann die rote Kette herzustellen. Welchen See wir als erstes wählen, ist eigentlich egal. Ich gehe jetzt mal zum Weißen Frostland und ihr seht schon auf der Karte diese drei Seen, diese Kringel, diese Donuts. So werden sie dargestellt. Okay, der erste See ist da in der Nähe des Blizzard-Tempels, was natürlich ein ganz großes Stück ist. Ihr seht es auch auf der Karte, See der Stärke. Wir machen mal eine Schnellreise hier zur Perlsiedlung. Und dann müssen wir in diese Richtung laufen. Also praktisch diesen Berg da hoch. Okay, zusammen mit Sneeboss sollte das ja kein Problem sein. Sneeboss erklimmt jeden Berg, solange der nicht aus Eis ist. Aber Schneeberge oder etwas Frost, das sollte kein Problem sein. Und zack, Schritt für Schritt nach oben, mein lieber Sneeboss. Ihr seht es schon auf der rechten Seite, da ist der Tempel von Blizzard. Und wir erreichen den See der Stärke von der anderen Seite aus. Da vorne ist er schon. Und da vorne ist auch ein Pokémon. Ah, Geronimatz. Unser kleiner Geronimo. Ja, den habe ich jetzt nicht erwischt. Moment, noch einmal. Oh, wo willst du hin? So, jetzt. Und, yes. Kann ja nicht schaden, ein weiteres Pokémon dabei zu haben. Oh, es ist sogar ein Pokéball-Glied. Klasse Sache. Und da vorne, seht ihr es? Und es steht ein Stein, eine kleine Höhle, mitten im See. Und das ist der sagenumhobene Ort, den wir jetzt besuchen müssen. Zum Glück hilft uns unser Salamagnis hier weiter. Und da vorne steht schon Volo. Nicht nur das, auch Diam ist da. Wollen wir doch mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe gehört, dass der See der Stärke auch mehr Wasser enthält. Allerdings weiß niemand, ob das an den geografischen Gegebenheiten liegt oder ob ein Pokémon dafür verantwortlich ist. Hm. Das Pokémon selber wacht über diesen See. Als es flog, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Zumindest erzählt man sich das. Oh, Moment. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Mal sehen. Oh, schaut mal. Irgendetwas passiert da. Boah. Ein Höhleneingang. Können wir da einfach reingehen? Das ist wirklich ein erstaunliches Gerät. Diese Höhle ist einfach wie aus dem Nichts erschienen. Gehen wir rein, Katze. Jedes Pokémon des Sees scheint von einem anderen Pokémon bewacht zu werden. Seid vorsichtig. Das werden wir. Okay, Diam. Dann gehen wir mal rein. Und gucken wir mal, ob wir selber finden. Dann wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Zoro. Leider kann ich dir keinen hilfreichen Rat geben, Katze. Sei einfach vorsichtig. Ja? Ja, das bin ich. Das ist Zoro-Arc. Die Weiterentwicklung von Zoro. Habe ich den Namen richtig im Kopf? Fünfte Generation. Und in der Hisui-Form. In der Farbe Weiß. Kein Shiny. Es ist ein weißes Pokémon. Warum? Von Typ B vielleicht? Oder von Typ Eis? Ich weiß es nicht. Aber spannend. Dieses Pokémon habe ich bisher noch nicht getroffen. Ich werde also gleich mal versuchen, es zu fangen. Und wow. Die Musik ist aber spannend. Renkischmied. Hey, Zoro-Arc. Kannst du bitte Yara in Ruhe lassen? Ich hoffe, ich habe das richtige Pokémon gewählt. Ich sollte es erst einmal schwächen. Ich weiß jetzt nur nicht, welchen Typ dieses Pokémon hat. Vielleicht sogar knirscht er effektiv. Sehr effektiv sogar. Ich probiere vorsichtig einfach mal einen Tempo-Angriff aus. Nicht, dass es zu stark ist. Und oh, das ist sehr effektiv. Zum Glück habe ich Tempo eingesetzt. Zum Glück. Man muss es zwar nicht fangen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber warum nicht fangen? Dann muss ich es später nicht mehr fangen. Oder einen Zoroa weiterentwickeln. Oder Zoroa? Ich habe echt den Namen vergessen. Flügelball. Mal sehen, ob das gut war. Diesen Ball hier einzusetzen. Ich hätte vielleicht zu einem anderen Ball greifen sollen. Warum ist Yara jetzt weiß? Was hat denn der eingesetzt? Oh nein, Yara, aber du hast echt tolle Arbeit geleistet. Komm zurück. Na gut, Zeit für Linus. Unser Gardevoir wird uns hier beschützen. Dann greife ich diesmal zum Superball. Ich glaube, das ist ein bisschen klüger. Superball, komm, komm, komm. Fang dieses Pokémon, bitte. Yes, wir haben es geschafft. Zoroark wurde gefangen. Super. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ich wusste, du würdest es schaffen, Katze. Hä? Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Oh, da vorne. Sel. Selfe, das Senf-Pokémon. Nein, kleiner Scherz. Das Stärke-Pokémon. Was soll das heißen? Komm näher, damit ich dein Wissen auf die Probe stellen kann. Wadribi, Zubat, Icognito, Magneton, Zwirklop. Wie viele Augen hat ein jedes von ihnen? Oh, ja, gute Frage. Gib deine Antwort der Reihe nach. Gib mir deine Antwort. Äh, Moment, was war die Frage nochmal? Vielleicht könnte ich nochmal alle Fragen oder alle Namen durchgehen. Also, Wadribi hat drei Waben mit jeweils zwei Augen. Das bedeutet, es sind sechs Augen. Zubat hat keine Augen. Icognito hat ein Auge, jede Icognito-Form. Magneton, das sind drei Magnetilos mit jeweils einem Auge. Sind also drei. Und Zwirklop eins. Okay. Dann würde ich sagen, 6, 0, 1, 3, 1. 6 für Wadribi, 0 für Zubat. Dann eins, drei und eins. Mal gucken, ob das stimmt. 6, 0, 1, 3, 1 ist meine Antwort. Zell. Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welten bindest. Oh, ich glaube, meine Antwort war richtig. Denn jetzt bekomme ich einen Brief. Du erhältst eine Selve-Kralle. Ist das eine Kralle? Diese Kralle beweist einen Abschluss der Prüfung des wissenden Wesens Selve, das im See der Stärke lebt. Sie ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Genau, Selve ist das Pokémon des Wissens und nicht der Stärke. Ich glaube, ich habe vorhin Stärke gesagt. Es ist aber der See der Stärke. Okay, fehlen noch zwei. Okay, damit hätten wir alles erledigt, was zumindest den See der Stärke betrifft, zusammen mit Selve. Gucken wir mal, was Volo jetzt sagen wird. Hey, wir haben es geschafft. Wie es aussieht, hattest du Erfolg, Katze. Du kennst dich mit vielen Dingen überraschend gut aus. Ja, das tue ich in der Tat. Sicherlich liegt es zum Teil an meinem Dasein als Händler. Andererseits bin ich aber auch schlichtweg sehr neugierig. Mich interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist und uns in diese Gegenwart führte. Oder, um es präziser auszudrücken, ich möchte herausfinden, wo meine Wurzeln liegen und wohin mein Weg mich führt. Schätze, da geht es uns ähnlich. Warum verehren wir das ehrwürdige Sinnoh? Und ist es... Ist es wirklich... Dabei handelt es sich zweifelsohne um wichtige Fragen. Doch ich befürchte, sie müssen warten. Wir sollten jetzt zu Freulein Kugita zurückkehren. In Ordnung? Okay, machen wir. Wenn sie uns weiterhilft... Ich dachte, wir gehen schon direkt zum nächsten See. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all denen zu sagen hat. Ja, und ich erst. Da wären wir auch schon. Hallo, Kugita. Oh, ist das etwa eine Selfie-Kralle? Die alten Überlieferungen sind also wahr. Das bedeutet, dass die rote Kette ebenfalls existieren muss. Ich kann nicht mehr mit. Diese Pokémon verkörpern unseren Geist und der Gegenstand, den sie uns geben, soll irgendwelche Welten binden? Und dadurch soll die momentane Situation aufgelöst werden? Wie genau? Warum? Deine Zweifel zeigen, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Du bist nicht umsonst überhaupt. Ohne unseren Geist wäre uns überhaupt nicht bewusst, dass der Riss größer wird und die Welt womöglich zu Ende geht. Man könnte andersrum auch sagen, dass die Welt nur existiert, weil wir durch unseren Geist in der Lage sind, Zeit und Raum wahrzunehmen. Die rote Kette ist sozusagen ein Instrument, mit dem wir die Welt richtig sehen können. Ich verstehe es immer noch nicht. So sind Legenden nun mal. Sie erklären uns die Welt auf unverständliche Weise. Das bringt uns dazu, selbst mehr nachzudenken, über das ehrwürdige Sinnoh und über die Welt, in der wir leben. Genau, Legenden sind schon was Feines. Nun gut, jetzt müssen wir das alles nur noch zweimal wiederholen, um in den Besitz der roten Kette zu gelangen. Du klingst so selbstgefällig für jemanden, der selbst nicht viel beizutragen hat. Oder trifft unbekümmert es besser? Du hast dich ihnen doch nur angeschlossen, um deine Gier nach alten Ruinen zu befriedigen. Da könnte vielleicht Kugita recht haben. Ich meine, an sich ist Volo ja keine Hilfe. Und Diam, der unterstützt mich zumindest mental und ist dabei. Also, gehen wir. Das machen wir. Als nächstes schlage ich vor, wir gehen zum See der Kühnheit und besuchen das Pokémon Turbuts. Denn dieses lebt dort. Ich mache wieder eine Schnellreise zur Diamantsiedlung. Und von dort aus kann ich ziemlich entspannt kurz mit Warschak wie rüberfliegen. Gegebenenfalls kann ich auch noch zu Snee-Boss wechseln. Je nachdem, wie ich vorankomme. So, hier irgendwo müsste das sein. Und da gibt es nochmal was zum Abbauen. Yay! So, einmal, ich glaube da hoch, oder? So, ich hätte mir einfach einen Marker auf der Karte setzen sollen. Haha! Jaja, ich bin wieder der Experte hier. Nicht. Ich kletter jetzt einfach mal hoch. Und wir... Oh, wir sind hier falsch. Moment. Dann ist der See wahrscheinlich hinter uns. Ja, der ist direkt hinter uns. Aber kein Problem. Dann können wir einfach entspannt mit Warschak wie rüberfliegen. Naja. Ich habe es jetzt ein bisschen zu umständlich gemacht. Und dann würde ich sagen, Sturzflug. Und mit Sicherheit müssen wir diese Höhle erst einmal wieder öffnen. Aber das sollte doch kein Problem sein, oder? So, da wären wir auch schon. Der See der Kühnheit. Er soll genauso wie der See der Wahrheit durch einen Vulkanusbruch entstanden sein. Allerdings existiert auch diese These, dass der Krater, in dem er sich befindet, auf einem Kampf zwischen Pokémon zurückzuführen sei. Das Pokémon Turbo zwarte über diesen See. Als es flog, erlangten die Menschen Entschlossenheit. Zumindest erzählt man sich das. Oh, Moment. Ich glaube, ich öffne jetzt gleich wieder die Höhle. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Ja, sieht man mal, was man mit Smartphones alles machen kann. Höhlen erscheinen lassen. Cool. Was? Gerade eben war dort noch keine Höhle. Ist sie extra für Katze erschienen? Scheint so. Auf geht's, Katze! Dort drinnen werdet ihr bestimmt auf ein Pokémon treffen, welches das Pokémon des Sees beschützt. Seid vorsichtig! Das werden wir sein, Volo. Komm mit dir! Hier wartet Turbots auf uns. Dann wollen wir doch mal sehen, was hier auf uns wartet. Oh! Die Entwicklung von Baldorfisch, die es erst jetzt gibt in Hisui. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Sei vorsichtig, Katze! Von den Stacheln dieses Pokémon hat mir mein Großvater erzählt. Sie sind giftig. Ja, keine Sorge. Die Prüfung am See der Kühnheit. Ein Giftwasser-Pokémon wahrscheinlich. Oder Giftunlicht? Gift... Ja, weiß ich nicht. Giftunlicht, glaube ich. Oder Giftwasser. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie dieses Pokémon heißt. Also nicht Baldorfisch. Es heißt... Moment, wir werden es gleich rauswenden. Los geht's in den T-Rig. Myriador. Oder Myriador. Okay, Risikoteckel. Interessanter Start in den Kampf. Ähm... Ich hoffe, Erdkräfte ist nicht zu stark. Wobei, ich mach mal einen Nassschweif. Auch wenn es von Typ Wasser sein könnte. Um einfach mal so einen kleinen Basisschaden anzurichten. Wisst ihr warum? Weil es Risikoteckel beherrscht. Es greift sich also selbst an. Durch den Rückstoßschaden. Und deswegen setze ich lieber keine Attacke ein, die effektiv ist. Das wäre jetzt mal meine Herangehensweise. Und mal sehen. Vielleicht reicht der Superball direkt aus. Und? Nee, leider nicht. Es heißt also, nochmal Risikoteckel. Den T-Rig trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Komm zurück. Und ich rufe als nächstes. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Paul. Paul sollte gegen Risikoteckel gut ankommen. Sodass auch dieses Myriador nicht so viel Rückstoßschaden bekommt. Denn dann, das ist immer abhängig von dem Schaden, das dieses Pokémon macht. Oh, wunderbar. Direkt gefangen. Gut gemacht. So, und jetzt müsste das Pokémon erscheinen, richtig? Sehr gut, Katze. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Oh, da vorne. Turbo. Was kommuniziert mit mir? Beweise mir deinen unerschüttlichen Willen. Versuche, mich mit Ruhegaben zu treffen. Okay, mein Wille ist groß. Ich werde es versuchen. Und tatsächlich sind da Ruhegaben erschienen. Ruhegaben? Wo kommen die her? Sollst du sie etwa auf Turbos werfen? Ganz genau. Es ist zwar nicht in Rage, aber ich soll es versuchen zu treffen. Oh, es ist aber blitzschnell. Wo bist du? Da. Und. Ah. Aber knapp. Hier, hier. Da muss es doch einen Trick geben. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Gibst du auf? Auf? Nein. Ich gebe nicht auf. Hm. Okay. So. Diesmal treffe ich dich. Wo bist du, Turbos? Da. Ah. Knappe Kiste. Bleib doch stehen. Mensch, das gibt es nicht. Ich kann Turbos einfach nicht treffen. Hä? Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Du solltest besser aufgeben. Willst du dennoch weitermachen? Aufgeben kommt nicht in die Tüte. Ich werde dich schon fangen. Na gut. Okay. Und. Jetzt. Ah. Okay. Näher rangehen funktioniert, glaube ich, nicht. Hm. Aber dieses Pokémon testet auch meinen Willen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Es will herausfordern und sehen, ob wir aufgeben. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Es ist zwecklos. Gib auf. Oder willst du dennoch weitermachen? Egal, wie zwecklos es auch sein mag. Wir von der Katzen-Community geben niemals auf. Egal, was passiert. So schwer die Aufgabe auch ist. Wir geben niemals auf. Turbos! Ich gebe dir einen Teil des Geistes. Auf das du die Welten bindest. Und wir haben es geschafft. Und warum? Weil wir niemals aufgegeben haben. Tolles Symbol. Du erhältst einen Turbotsfangzahn. Dieser Zahn beweist einen Abschluss der Prüfung des starken Wesens Turbots, das im See der Kühnheit lebt. Er ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Klasse. Tschüss, Turbots. Fehlt noch einer. Ja, du kannst es laut sagen. Na gut. Gucken wir doch mal, was Volo zu diesem Spektakel sagen wird. Ich hoffe doch, dass er stolz auf uns ist. Hey, wir haben es geschafft. Wir scheinen, dass alles gut vonstatten gegangen, Katze. Aber es ist schon seltsam. Warum geben sie uns die rote Kette nicht einfach? Ich schätze, es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Und sie wollen uns wohl testen. Das ergibt Sinn. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie in die falschen Hände geriete. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist die Kette nicht dafür da, die Welten zu binden oder so? Was würde ein Bösewicht damit anfangen? Wer weiß, vielleicht hat sie noch eine andere Funktion als die, wofür wir sie brauchen. Gut möglich. Naja, wir werden es wohl erst herausfinden, wenn die Kette in unserem Besitz ist. Also dann, sollen wir fürs Erste zu Fräulein Kogita zurück? Ja, das machen wir. Wahrscheinlich müssen wir das sogar. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all dem zu sagen hat. Ja, und ich erst. Schauen Sie mal, wir haben wieder etwas bekommen. Ein Turbotsfangzahn. Diese Wärme, die davon ausgeht. Irgendetwas ist an diesem Pokémon der Seen seltsam. Als würden sie durch deine Gefühle mit dir kommunizieren. Wir sollten einen Schritt zulegen. In Jubeldorf brauche ich was zusammen. Was meinst du damit? Ein Händler der Ginko-Gilde hat mir Bericht erstattet. Anscheinend wurde jenseits des Risses ein Pokémon gesichtet. Und den Boku hat ein paar seiner Leute zusammengetrommelt, die es nicht nur erforschen, sondern im Ernstfall auch unterwerfen sollen. Ein Händler der Ginko-Gilde, sagst du? Müsste es nicht ein Kollege sein? Was, wenn es wahr ist und sich jenseits des Risses ein Pokémon befindet? Und was, wenn es aus dem Riss in unsere Welt eindringt? Wir sollten keine Zeit verlieren und schnell das letzte Material für die rote Kette finden, Katze. Dieser Enthusiasmus reißt Anja geradezu mit. Und ich werde mir dieses historische Ereignis bis zum Schluss ansehen. Du willst also nur zusehen, ja? Denkt daran, dass ihr die Materialien von den drei Seen zu den Nebelruinen bringen müsst. Okay, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger und guter Hinweis, Kugita. Wie wird es weitergehen? Meine Lieben, bleibt katztastisch! Wie wird es wiederkämpft?